Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich empfehle Ihnen den Vorstand verantwortlich. Weil du es bist, mein Freund. Und wegen der Ablöse orientiert euch wie immer bei Transfermarkt.de, okay? Wenn du das hinkriegst, sind noch 10.000 extra für die Titten deiner alten drin. Mia! Mia! Muss ich erst den Leuten von einem Tattoo erzählen, das man nur im Sommer sieht am Strand? Tim! Mia! Was willst du heute? Es ist aufregend, dass es nur um Marco geht. Ja, klar. Komisch, war's? Bei uns bist du früher immer weggerannt, aber wegen Marco kommst du ständig angedackelt. Ach, komisch war's. Die Nummer 1 ist doch wohl ein Parkplatz näher an den Unkleidekabinen drin. Ich mein, hey, 10 Tore in 12 Spielen. Tim, auch wenn du es nicht glauben magst, aber wir haben jeden Samstag 11 Spieler auf dem Platz und Marco ist nur einer davon, ja? Und wenn er so weitermacht, bald noch niemand mehr das. Ich hab ein paar einzumanagen. Ja! Na? Wer ist euer Lieblingsspieler? Marco! Messi! Marco! Das ist keine Offizielle, die kann er nicht unterschreiben. Gibt's einen lukrativen Wechsel nach Dubai, von dem ich wissen sollte? Wieso? Das mit dem Werbidon regst du doch, oder? Na klar! Los, komm, wir müssen. Na los, komm! Hier! Hm? Was ist denn das? Das? Das ist eine Uhr? Ha, komisch. Hä? Hey, die zeigt sogar die Uhrzeit an. Mann, du bist ne halbe Stunde zu spät zum Training. Hey, jetzt komm mal runter. Ich muss nicht trainieren, ich kann's schon. Na klar. Und der Trainer hat nur diese fixe Idee. Komm mir nicht mit dem Trainer. Gegen den ist Marta für eine Pusse. Trainieren ist zum Unfall. Marco, du hast dich gegen die Bayern auswechseln lassen, weil die Rasenheizung ausgefallen ist. Solche Dinger kannst du dir echt nicht mehr erlauben. Wir haben 3 zu 0 geführt. Auf wessen Seite bist du eigentlich? Hey, auf deiner. Und wieso ist mein Parkplatz dann immer noch so weit von den Umkleidekabinen entfernt? Ey, wenn ich nicht will, dann lauf ich im Training nicht mehr als ein Kilometer. Siehste? 15 Meter hab ich schon. Und vergiss die Louis Vuitton Tasche nicht. Hey, na klar. Das steht ganz oben auf meiner Liste. Warum ist auch okay, wenn ich eine Katastrophe verscherbe? Tch. 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 uns auch mal wieder beherrscht geiles schilder super regina aber wo ist mein name der kommt natürlich schön unter meinem wer liegt oben wer liegt unten das ist hier die frage ich mein sonst schild ist ja das erste was ein potenzieller kunde sie nur wenn er hier rein kommt schwierig wäre ich chapeau so wird mein partner das glaubst du doch wohl nicht im ernst oder ich bin sehr gläubig ich glaube an die macht des geldes ist der empfang gut da unten ja so tief in ihrem arsch super dank dir partner du ich du ich sag leider schon im job herr gibbils marcus bruder olli hat vorhin angerufen wollte wissen ob es was neues von den kickers gibt und warum sie nicht auf marcus party sind marcus was kann ich da flächen komm 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 ек kämpft komm 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 Tim, mein Lieber, endlich jemand in meiner Altersklasse. Olli, sag mal, gibt's was Neues von den Kickers? Hey, lass uns morgen drüber reden, okay? Jetzt muss ich erst mal deinem dämlichen Bruder das Gel aus den Meeren rausprügeln. Ja, lass uns ja auch nicht weg. Du warst doch selber mal Profi, ja? Tim, ich hab mit dem Vorstand gesprochen. Naja, du meinst mit deinem Vater, ha? Fick dich. Marco gibt sein Spielzeug zurück. Ganz möge es nicht, wenn sich Mutti mir in einer Auto halten. Ja, klar, aber... Trainer, der hat ihn eh schon auf dem Kicker. Also wenn Marco morgen nicht pünktlich beim Training ist, dann... Ja, hey, mach dir keine Sorgen, ich bin gerade bei ihm, ja? Tim, ich mach mir keine Sorgen. Das ist das Schöne an unserer Trennung. Deine Probleme sind deine Probleme. Und du willst nicht, dass ich sie zu meinen mache, ne? Marco! Hey, danke, Alter. Total gerne. Dankeschön. Was macht's denn? Na, wenigstens das. Nette Party, ha? Frisch Party. Ja, was ist das hier? Ach so, das? Das ist ein kleines Get-Together. Das ist gestern, das ist aber eine Party. Ah, na klar. Ey, komm schon, sie hat Geburtstag. Ja, und du morgen wieder Training? Ja, übermorgen auch wieder. Marco. Pass auf, du musst dein Ferrari zurückgeben, ja? Das ist nicht gut fürs Image, nicht gut für den Cashflow. Ja, siehst du, genau deswegen lade ich dich ein. Wieso sorgst du nicht dafür, dass ich mir solche Sachen leisten kann? Was ist mit meinem Werbedeal, hä? Make me rich, bitch. Wenn du morgen pünktlich zum Training kommst, Deal? Deal. Oli würde sich freuen, bei den Kickers nochmal richtig durchzustarten. Ja, klar. Ich mein, fünfstellig ist natürlich schwierig. Aber hey, komm schon. Und was ist, wenn ich euch Marco mal so promomäßig vorbeischicke? Ich mein, irgendwas mit Behinderten, Aids und oder Kindern. Solange er einen Stammplatz hat? Hey, in der letzten Saison habe ich euch auch den Luis zugeschachert, ja? Ja, klar, fick dich, fick dich und deine scheiß Hartz-IV-Loser-Truppe gleich mit. Was? Und somit ist Marco der perfekte Werbepartner für Hummel. In einem integrierten, kommunikativen Prozess. Change the world through sports. Marco verprügelt Paparazzi. Fährt 100 in der 50er-Zone. Hat jede Woche eine neue Freundin. Und wir errichten Fußballschulen in Sierra Leone. Was passt da nicht in die Reihe? Sierra Leone ist nicht cool. Marco ist cool. Und cool verkauft Schuhe. In der Key Demographic der 12- bis 17-jährigen Jungs ist Marco ein absoluter Winner. 600.000. Als Feature-Player für unser neues Schuhmodell. Ich dachte, sie wären ernsthafter in einer Zusammenarbeit interessiert. Schönen Tag noch. 800. Willkommen in der ersten Liga. Ich weiß, mehr als Fünftige hieß ich mein Sünden, aber das ist ja egal. Also ich meine, es ist okay. Es ist okay. Sogar ich als Profi. Ex-Profi. Nicht wie sonst spielen. Nein, deswegen wollte ich hier mit dir reden. Ich komme ja jetzt noch mal. Na ja, haupte auf den Standplatz. Es tut mir echt leid. Ich habe alles versucht. Ich weiß. Loslassen ist verdammte Art. Ja, ja, klar. Wie jetzt, Russland? Hey. Für mich bist du immer noch ein Weltklasse-Spieler. Und siehst du mal von der anderen Seite. Rente mit Anfang 30 ist auch nicht schlecht. Die letzten Sekunden laufen hier, wird definitiv nichts mehr passieren. Und jetzt ist es amtlich. Jetzt ist es zu Ende. Mann, 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 wenn man deinen Bruder klonen könnte. Vor fünf Jahren haben die alle noch als Pitafters ausgelacht. Ich habe eine Müsse abgefeiert. Miro, mein bestes Pferd im Stall. Du, Hammerspiel heute, wirklich. Geiles Ding in der 60. Auf jeden Fall, ja. Ach komm, das tut mir leid, dass ich nicht da sein konnte. Aber hey, das kriegst du hin, oder? Ja, das mache ich, Miro. Miro, ich kümmere mich drum, klar. Entschuldigung, die Damen und Herren. Darf ich Ihnen diese unglaublich attraktive junge Frau kurz entführen? Entschuldigung. Danke. Auf die einzige und beste Vereinsmanagerin. Danke. Was? Jetzt bekommt ja wohl Marco seinen Parkplatz, oder? Ich meine, hey, bei der Overperformance heute? Ich erinnere es dich nie, was? Alles für den Spieler. Ist es vielleicht mal an der Zeit, die Taktik mit Ihnen als einzige Spitze zu überdenken? Was bist du für ein Vogel, ey? Ich meine, ohne mich würden wir nächste Saison gegen Paderborn spielen. Und dann war es wahrscheinlich nix am Trainer, der uns die ganze Woche lang so dermaßen schleift, dass er im Spiel nix mehr üblich dafür ist. Verdammter Scheiß, Nazi. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Zurück zu dir in das Studio, Katrin. Nazi? Ist das dein Ernst? Oh, Taktik ist nur für Spieler. Ich regeneriere. Nazi. Wenn der Verein reagiert, wie er reagieren muss. Ey, da bist du nicht nur deinen Stammplatz los, sondern auch dein Werbedeam. Kommt es mal her? Ey, jetzt stresst dich mal nicht so, ich... Das ist der Entspannungsbereich. Ab sofort, redest du nur durch mich. Ist das klar? Ist klar. Ist klar. Mann, seid ihr gefickt. Tim, Tim, geh von Sven runter. Marco wird unter diesem Trainer nicht mehr spielen. Hände waschen, nicht vergessen. Ach kommen Sie, was heißt heute schon Nazi? Das muss man erst mal definieren. Marco ist ein bescheidener, junger, verantwortungsvoller Mann. Klar. Und Lothar Matthäus sucht immer noch die eine wahre große Liebe. Was? Nazi. Ich habe ein Rätsel, Frissi. Was ist leuchtend orange und trotzdem unsichtbar? Der Schuh eines Bankwärmers. Was soll ich sagen? Marco ist wie ein Vulkan. Der explodiert ab und an. Aber da findet er... Unglaublich fruchtbar im Boden. Nee, Digga, du. Den mache ich so locker platt wie dich auf Hendrick, Mann. Ich muss gehen, du. Wir sehen uns. Symbola, mein Black Purity. Bereich für Sportstudio, ne? Komm, mach sie gemütlich. Ich hole dir einen Kaffee aus deiner Heimat. Hey, hey, fair trade natürlich. Der einzige Schwarze, der sich in weißen Sklaven hält. Ziemlich witzig für einen, der sich von der Ziege verhauen lässt. Bist du geistig behindert? Da ist eine Antilope. Sag mal, was sei schmerzhaft? Was denn? Sich das Rückrad aus dem Arsch rausziehen zu lassen? Freut mich, dass es dir gut geht, im Ernst. Ich meine, ein gepfätzter Werbedeal, ein Top-Spieler, den du nicht mal mehr auf Kommunie verkaufen kannst und eine ex, die lauter durchtrainierte junge Multimillionäre unter sich hat. Na, geh doch lieber ran. Mia, ich bin unterwegs. Sag mal, und dir zahlen wir wohl zu viel. Können wir ausschließen, dass er ein Nazi ist? Ja. Wie kann es sein, dass Simboa aus dem Kongo sich besser einfügt als Marco? Was? Hungriger. Marco gibt ohne Absprache keine Interviews mehr, ist das klar? Vielleicht kann ich ihn ja überreden, dass er sich beim Trainer entschuldigt, hm? Marco darf sich beim Trainer entschuldigen. Dann sehen wir weiter. Wir können die beiden ja wohl kaum in einen Raum sperren, oder? Sehe ich denn Uhr bei mir? Also ich finde es eine ganz tolle Idee mit dem Nagelstudium, ernst, wirklich. Weißt du eigentlich, dass dir da Tim weiterhelfen kann? Der hat ja Erfahrung mit... Hallo, die Meteor sind dahin. Wir sehen uns, Superstar. Hallo. Ihr Team? Ihr Team Uriel. Oh, Dankeschön. Ist das schon wieder The Voice? Oder dieses Topmodeling-Sein, hm? Ich bin Schauspielerin. Natürlich bist du das. Und ich würde gern Kate Moss ficken. Kauf dir was Schönes. Wow, wow, wow. Dicht kann er sich gerade nicht leisten. Hop, hop, hop. Hier, du? Wie geht's? So klar? Komm, das schaffst du. Reicht dich zusammen. Sag einfach, dass es dir leid tut. Danke. Mach's wie ich. Lieb. Oh, Notetwarte. Mia! Tim. Hallo. Komm, komm mal. Bitte. Mensch, was soll ich mit dir da machen? Wie habt ihr euch mit der noch hinsch? Mit einem Schuss Milch. Ich trinke hier mittlerweile, lieber Schwarz. Oh. Okay. Schon okay, lieber Herr. Aber ich brauch Zucker. Ich hab verdammt viele Fehler gemacht, Mia. Mir ist auch klar, dass der nächste Anruf hätte nie wichtiger sein dürfen, als du. Ich weiß das echt nicht mehr, Mia. Was heißt nichts? Ich stelle mich einfach auf und werde mich. Mensch, ich will, dass du dir ankläst. Alter, vergiss nur, dass du mich anpackst, Mann. Ich brauch dein Leben. Hey, du, was du gesagt hast, Frau. Was fragst du mir jetzt? Weißt du? Ich will euch nicht auf den Laufstieg, oder? Auf der Wahl. Setz dich auf die Bank und bleib da sitzen. Ich hab's verkackt, oder? Ja. Mensch, Marco. Fußball ist Ding-Dang-Dong. Es gibt nicht nur Ding. Und Ding musst du wertschätzen. Weil schneller als du sehen kannst, ist es weg. Und was bleibt dir dann? Hä? Dang-Dang? Nee, nix. Verstehst du das nicht? Ach so, sorry. Ich bin voll Idiot. Hast du noch eine Chance? Eine. Was ist denn? Marco muss ins Sportstudio morgen. Seine andere Seite zeigen. Ich hoffe, er hat einen. Dir ist schon klar, dass ich einen Partner suche, der mir Arbeit abnimmt. Pranko macht das ganz gut. Tu, was du tun musst. Na ja. Nachdem das mit der Torwand ja meine Idee war, hab ich bei denen natürlich noch einen gut. Aber sag mal, ist morgen nicht der, ähm, der Schwarze da dran? Kein Problem. Ja, ich will gut angucken. Bitteschön. Sag mal, Regina, was anderes, ähm, wegen Olli, ich müsste... Hör auf, an dem verdienen wir nichts. Der ist dein Privatvergnügen. Ja, ich weiß, aber... Er ist mein Freund und ich würde ihm gerne helfen. Timilein. So läuft das hier nicht. Wir schnappen uns die Jungs, solange sie frisch sind, sorgen dafür, dass sie was Anständiges anzuziehen haben. Dann lassen wir sie laufend, hoffen, dass sie irgendwann mal die ganz große Kohle abwerfen. Wir sind nicht ihre Freunde, wir sind ihre Zuhälter. Okay. Er ist mein Freund. Mach dir keinen Stress. Hast dir so viel Zeit, wie du willst. Kannst die ganze Nacht durcharbeiten. Ich brauch's aber bis morgen früh. Okay? Hier sind die Unterlagen. Hier ist der Stift. Ich dank dir. Marco! Respekt. Mich. Respekt. Was denn? Na, Marco hat's mir eben erzählt. Was? Dass er im Sportstudio zu seinem neuen Nähzpartner stehen will. Was? Du! Hinsetzen. Hier. Da. Gut, dass du auch schon alles dabei hast. Sehr gut. Aufschlagen. Und schreiben. Lieber Olli. Ich fahr... Ah, nein, 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 stopp. Liebster Olli. Für mich bist du der allergrößte. Und dann so bla 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 halt, so Fußball. Das 500 Mal. Bis morgen früh. Und du meinst, es klappt? Besser wär's. Aber hey, wenn nicht. Der Adweek hat ja auch eine zweite Karriere als Kondom-Vertreter gehabt. Ja, das ist kein Scheiß. Kann alles passieren. Komm, auf drauf, Marco. Das wird schon. Stützräder wär nicht schlecht gewesen, oder? Wer ist unser Lieblingsspieler? Marco Krotz! Das aktuelle Sportstudio. Heute mit Sven Voss. Marco Krotz, Verhalten ist unentschuldbar. Das weitere wird der Trainer entscheiden. Der Jungstar stellte sich zuletzt selbst ins Abseits. Durch Unpünktlichkeit, zur schaugestellten Luxus und nicht zuletzt durch seine unsägliche Kritik gegenüber seinem Coach. Fans und Vereinsmanagement glaubten gestern ihren Augen nicht, dass der 20-jährige Top-Stürmer nicht nur pünktlich zum Training kam, sondern dies auch noch mit dem Fahrrad. Ist meine Frisur? Sieht gut aus? Ja, ja, alles super. Hauptsache, das Sober sieht man. Es war eine Menge los, liebe Zuschauer, in der Fußball-Bundesliga in dieser Woche und ein Mann hat uns in Atem gehalten. Herzlich willkommen, Marco Krotz! Hallo, Marco! Servus! Herzlich willkommen! Ich will mal empfangen, oder? Ja, nicht schlecht fürs erste Mal, ja. Dafür, dass so viel passiert ist. Ordentlicher Empfang, oder? Ja, finde ich sehr schön, ja. Nicht schlecht. Marco, wir kommen gleich zur Sache. Wie erklären Sie sich den Ausfall gegenüber Ihrem Trainer? Was war da los? Keine Ahnung. Ich meine, wer mich kennt, der weiß, dass ich so nicht bin. Und ich habe mich natürlich auch schon persönlich beim Trainer dafür entschuldigt. Und ich habe mir überlegt, ich habe nächste Woche eine Aktion, ein Shooting für Aktion gegen rechts. Und das wäre echt ein richtig cooler Zug, wenn der Trainer mich dabei unterstützen würde. Im Endeffekt. Ich habe großen Respekt vor Ihnen und ich will damit spielen. Merkt Ihnen die Erleichterung so ein bisschen an? Warum war ich eigentlich nie im Sportstudio? Das ist das alles positiv in Sie gesagt. Die haben nicht alles hier. Sie haben sich bei einem dämlichen Assistenten angesammelt. Was ist denn das? Schauen wir doch mal rein. An dieser Stelle schon mal. Vielen Dank. Ich komme aber erst mal zum Topspiel in der Fußball-Bundesliga. Hallo, Marco. Mach weiter so. Alles Gute. Danke. Herr Pöller? Ah, das ist sie. Hast es mal wieder geschafft, Tim. Aber eine Disziplinarstrafe gibt es trotzdem. 10.000. Hast du meine Mail nicht bekommen? Das ist ja echt komisch. Ist ja auch egal. Tim. Ja? Auch wenn ich nicht mit dir zusammen gewesen wäre, könnte ich dein Mist bis hierhin riechen. Egal. Marco spielt mal. Mia, lass uns doch heute Abend zusammen essen. Wir feiern das Ganze ein bisschen. Ich kenne da so einen neuen... Mia. Warum machen die es dann alle mit mir? Und? Wie war ich? Du sprichst. Oh. Oh, wie sauer. Du bist gut. Ich bin der Beste. So wie du, mein Freund. Und? Einen Haken hat das Ganze, aber... Du musst 10.000 Euro Strafe zahlen. Ja, Marco freut sich auch auf die Zusammenarbeit mit Hummel. Glück gemacht. So schafft man's ganz nach oben. So sehen also Siege aus, ha? Für das mit dem Sportstudio wirst du leiden, du dummer Spast. Tja, die Macht des Geldes, ha? Hey, hey, hey. Nicht streiten, Jungs. Mehr Platz war leider nicht. Gleich das nächste Mal. Na, Brüderchen, du hast dich auch ordentlich aufgegangen. Hab hier nur für Spieler, tut mir leid. Ach, komm schon. Ich hab hier selber schon gespielt. Hey, sorry. Hey, sorry. Ja, das ist gut. Ist okay. Ich geh schon mal runter auf den Platz. Viel Glück. Boah, dieser Bereich ist nur für Spieler. Weißt du, was ich mit Kindergartenabbrechern wie mit dir mache, die mir über meine Arbeit im Weg stehen? Ich lass sie feuern. Will ich das deiner Frau erzählen, dann willst du das machen, wenn ich sie in einer See, ha? Na, geht's auch. Dann soll ich das krasseste Arschloch sein. Ha, ist mein Job. Eine Meile in deinen Schulen. Apropos. Ist ein bisschen orange. Wird ein scheiß Holländer, oder was? Bitte. Ich verarschte dich. Wie ist das so ein Blau machen? Wie Messie. Wie besser. Komm. Komm. Vielen Dank. Gibt's immer noch weh? Manchmal. Hey. Hey. Marco macht sich. Langsam. Ja. Ergibt sich Mühe. Stadionwurst, wir schnappen uns ein paar Bier, das Spiel. Ja, das wird sicher ein enges Ding. Ja. Uwe. Endlich. Toni kommt mir schon ein Ohr ab. Sind's nur Jungen? Okay. Hier gibt's aber nur eine neue Titte für deine Alte. Ja. 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 Alles dreht sich um den Ball, sobald das Spiel beginnt Der ganze Wirbel um ein Rum wird plötzlich abgeschirmt Und jeder weiß, was das heißt, keine Ego-Show Denn elf Freunde müsst ihr es sein Das ganze Leben darauf eingestellt Schuss, Tor, die Prämie wird eingesteckt Wenn zu Hause hängt das Beckenbauer-Shirt Fängt vom Kopf bis Fuß und vom Fuß ins Tor Den Verein repräsentieren, jubeln beim Gewinn und trauern beim Verlieren Doch Tausende bei mir, die dasselbe fühlen Willkommen in der ersten Liga, ja, hier gehört zu mir Denn die Spannung ist unschlagbar Adrenalin in den Zehenspitzen des Körpers Dribbelt links, dribbelt rechts, Schuss, Tor Ja, das Leben ist perfekt Wir haben in der ersten Liga Ja, wo die Yubeln auf den Sonnen drehen Ja, wo die roten hätte zu gehen Ja, wo die Yubeln nochmal unternehmen Ja, wo die Yubeln nochmal unternehmen Ja, wo die Yubeln nochmal unternehmen Ja, wo die Yubeln auf den Sonnen drehen Es ist der Rasen, der uns heilig ist Jeder schreibt deinen Namen, sobald du ihn betritts Aus Block 7 steigt drauf, das ganze Stadion auf Hochtouren, jeder flippt aus Was für ein Leben als Profi, noch so jung, doch jeder der auf einen hochzieht So viele Kids, für die man Vorbild ist, in dieser Liga wird ein Vorbild aus nichts geschnitten Sind vor paar Jahren noch auf dem Freiplatz, danach kam der erste Club Dann saßen irgendwann ein paar Typen da, ja und sie guckten, gucken was der kleine Junge kann Und dann das erste Trikot mit dem eigenen Namen Und plötzlich gab es kein Halten mehr, spielen wie Maradona, es gab kein Halten mehr Dettingt bli' superstars, alles festes hæftet gärte, Ivyird som ich är livet nären Nelson Liga, i woz i åbenordnen, wären de fruchtid anestыхiert Ja, ja, ja Specale Ja wo die Jungen auf den Hunden sehen Ja wo die Jungen auf den Hunden sehen Ja wo die Jungen auf den Hunden sehen Halt zum Beinbruch in der ersten Vielen Dank.